Hi! Oh! Auf geht's! Weiter geht's! Unser wunderbaren Vault 910! Ist das Energie leer? Eine Jacke? Eine Jacke herstellen. Eine Jacke, Jacke. Lack brauchen wir nicht. Ostauer. Auch eine Ostauerjacke. Wir haben Energieprobleme. So, damit die auch was zu tun haben. Jetzt erst malen wir das von innen hier ein. Oh! Bescheidene Probleme mit der Maus zu haben. Das wirkt jetzt interessant. So, was können wir denn hier herstellen? 6 bis 7. 5 bis 7. 5 bis 5. 6 bis 8. Stellen wir doch immer her. Oha! Was hatten wir hier? Ah! 90%! Energie! Energie! So, dann schicken wir mal unsere Kollegen auf eine nächste Quest. Da sind sie. Ich hatte so viele Siegler wie möglich. 14, Stufe 10. Stufe 8. Wir haben Bauplan. Spricht mit dem Aufseher von Volt 120 über den New Bugle. Das machen wir. Moment hier. Und die Maus, ne? Und die Maus, ne? Da ist das. Ja, sehr schön. Wir haben es geschafft. So, da können die Kollegen ja jetzt auf Einsatz schicken. Voltarize, dann wenn das mal ailen. So. Dann geht's jetzt los. Diese Mission. Anthony Brooks. Walter Reis. Und Samuel Ford. Auf geht's. Ihr seid... Moment. Ich bin relativ lange unterwegs. Relativ lange unterwegs. Ich würde auch hier nochmal... Ich würde auch hier nochmal... So, wir haben... Die haben... Ausdauer ziemlich hoch. Lever, 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 lever. Wollen wir mal gucken, wo wir sie unterbringen können. Wollen hau noch. Lever, lever. Newton. Wollen hau noch. Lever, lever. Nicht danach aus. Nicht danach aus. Die Maus macht grad echt, was sie möchte. So. Und da. Im Ressent. Das... Erstmal verbessert. Auf Maximum. Auf Maximum. 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 Und dann machen wir das auch auf Maximum. Das auch. Das auch. Und das hier. Ebenso. Und dann gucken wir mal in die Statistik. Wir haben keine Schwangere und keine Kinder. Locken die den nächsten eine Stunde 34. Und dann gehst du mal dort hin. Maus, mach was ich dir sage. Du dort hin. So. Und Fräulein du da hin. Mitkommen. Dorthin. Wir brauchen echt mehr Energie. Eine Stunde elf. Du sollst nicht reinzoomen. Nahrung scheint sich zu fangen. Wasser haben wir eh mehr als genug. Wie kostet hier nochmal ein Atomkraftwerk? Lassen sie mal Outfit, Fitness, Lounge. Spielhalle. Zum Reaktor 1200. Genau auch noch. Outfit. Ausdauer. Okay. Dort brauchen wir Outfit mit Intelligenz. So was an. Ja. Hat er. Und weg Overroll an. So was an. So. 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 Sonst noch für Outfit. Stärke plus eins. Stärke ist ein Energieträger. So. 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 Waffen verteilen. So. So. Ich bin natürlich ausschließlich zur Verteidigung. So. Aber wir scheinen uns wieder zu fangen. Waffen verteilen. D-Flag. War so klar. Ab dort hin zur Unterstützung. Ab dort hin zur Unterstützung. Ja, auf damit. Wir haben kein einziges Heilpaket mehr. Wasser und Nahrung haben wir wieder hinbekommen. Ich denke, wir werden speichern und sehen uns dann bei der nächsten Aufnahme wieder. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.